Willkommen zur zweiten Challenge der Polizei NRW, diesmal aus der Fahrzeughalle hier in Selm. Neben mir steht Jörg von der Polizei, der Herausforderer dieser Challenge, sowie Fabian, unser Judge. Zu gewinnen gibt es eure kompletten Abi Textilien for free im Wert von 5.000 Euro, sowie für die ersten 50 Teilnehmer ein Skateboard in verschiedenen Breiten, Limited Edition Polizei NRW und Abi Home. Hi Leute, ich bin's Fabian Kutscher, bin 24 Jahre alt, komme aus Bayern, fahre seit 15 Jahren Skateboard, unter anderem für Titus Tornadoes, Impedus Skateboards und dein Gorilla. Und ich bin bei der Abi Challenge euer Judge und bewerte eure Skateboard Skills. Hallo, ich bin Jörg, ich bin 24, ach nee, 42 Jahre alt. Ich habe bis zum 15. Lebensjahr geskatet. Naja, aber man wird dafür nicht zu alt, deswegen versuche es einfach noch mal. Ich skate im Team der Polizei und mache hier die Abi Challenge. Ich hoffe, das ist eine Challenge für euch. Schaut es euch an und macht es besser. Abi 2020 für Abi 01, willkommen. Abi 2020 hört. Ich habe einen Einsatz für dich, ihr erfahrt euch alle. Also Leute, die Skateboard Challenge läuft wie folgt ab. Jörg hat soeben eine Line vorgeskatet aus vier Tricks, wobei ihr die ersten drei Tricks nur vormachen müsst. Bedeutet, ihr müsst einen Papschavit, einen No-Comply, einen Fake E-180 machen. Und der letzte Trick ist individuell von euch. Den werde ich bewerten. Wer den größten Banger draus hat, gewinnt das Ding. Und er bringt das Ding. Jaschen Malaysia its own. Es weiß sie, nicht nur die Kräte zu bei uns, wenn man nicht zu